Herzlich Willkommen bei Georgie Transporte, einer der größten Transporte Europas im Luftfahrtbesatzverkehr. Und jetzt schauen wir hinter die Kulissen. Dann kannst du heute Abend in Frankfurt spielen in Lithuania, dann weiß du Bescheid. Alles klar, super, ich danke dir. Ciao. Hi Sarah. Hi, grüß dich Tim. Und was gibt es heute so interessantes? Ich habe hier gerade eine Medikamentenlieferung für unseren Fahrer nach Venedig durchgegült. Ich muss einfach mal schauen. Schon cool von hier aus Burbach mit einer Flotte von 400 Fahrzeugen europaweite Transporte zu organisieren. Das stimmt, denn Logistik ist da, wo wir sind.